Servus Wille, Willkommen zu einer reingemüsten Runde. In Graue wird mein Kanal, die immer hoffen durchgeteilt. Es war gut, so dass ihr euch reinsaut. Wir haben bald ein bisschen was vor. Es war im ersten Alter aufzubauen. Wir haben die Gegend, das sind ja Kunden, sagen wir mal, wie das so geht. Wir würden so mir dann in Zukunft machen wir das aufs Green. Aber jetzt, wenn wir anfangen, möchte ich das mit euch zusammen machen. Hhh, ich habe mal eine Hoffnung. Ich weiß nicht, was ich zu spielen? Ich verstehe, was ich? Ich verstehe, was ich vor? Ich verstehe, was ich nicht? Ja. So. Ich bin hier nach Kemp Magyhaki. Das interessiert mich mal. Das war ja Rapper Kampf Magyhaki. Von ewigen Seiten. Bei DSA, das war das Auge. Das ist gar nicht auf einer von euch das überhaupt machen. Gucken wir mal hier hoch. Aber das ist auch wirklich gestern da. So. So. Was ist das? So. 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 Lass mich. Schlafen im Barmich ist auch klein. Ja. Das ist ein kleines Körpers. Da sind deine... ...dass da werden... ...hals geblieben... ...ehm... ...meine zuerst... ...wolle... ...ja... ... 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 um ab ab ja smaken mir ab 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 So, ich muss das begehen. So, ich bin mir immer da hin. Ich mache jetzt mal ein bisschen gut, sehr gut. Ich glaube, dass er das erste Mal kocht mit mir in der Mitte ist. Ich glaube, dass er das ist. Ich glaube, dass er das ist. So, bei den Fett, bei den Fett sind sehr gut. Ich würde sagen, wir suchen dann meine Bemühe des letzten Aus, wo wir dann eine neue Bauern können. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, wir nehmen uns über das Holz und gucken, dass wir in der Ebene, wenn wir den ersten Verspaltenstück machen, dass wir uns auch aufhellen können. Vielleicht müssen wir uns relativ einmal aufhellen. Ja, okay, das geht so gut zu wissen. Wir wissen nicht, wie er die Spieger bringt, wie er wisst. Und da hat er was. Na, in der Lage ist Ordnung, dass man da nicht alles gleich weiß. Wir wissen nicht, wie es ist. Ich glaube so, dass jemand das Wasser versteht mit einem Mikrofon. Ja, ich würde sagen, dass man so gut geht. Ja. Man and Ben is. He's staying there. Bullies are king. Oh, man says. Da. So, er ist übergangen, weil er jetzt im Ibn übergegangen ist, holen wir den Altar auf. So. So, er ist ein Handwerk, und da. Steine. Aber du gehst nicht alleine. Ja, ich hab doch steine gehabt. Und da ist ein Handwerk, und da ist ein Handwerk. Und da ist ein Handwerk, für einen Handwerk. Ja. Mir mir, okay. Du kommst mir. So. So, ich kann mein Englisch auch die Lagen reparieren, wenn sie das sammeln. So, mein. So. Cool, oder? Sehr. Okay, ja, cool. Cool, cool, cool. So. So, ich lasse mir allein ein Flemmen also. So. 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 Und der erste Serverstab. Den packen wir jetzt auch rein. So. 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 Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das kann man ja irgendwann mal machen. Ich würde sagen, bauen wir erstmal ein Lager. Das ist der Moment. O、 flipen nicht. Das ist der Moment. Da ist der Moment. Das ist der Moment. Ja, ich würde sagen, ich habe auch nicht mehr gesagt, lieber ich bin, aber wo ich bin Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein ganzes Geheimnis. Ok, naja, wir müssen rauswenden. Oh ja, maja, maja, ja. Oh ja, ich scheibe mir. Ja. Okay. Oh Nein. Ja. Wir sind die Blaner da abgümmert. Hey, Babasen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir gehen jetzt so langsam mal zu unseren kleinen Altar zurück. Ich denke, dass ich immer mein Bösen kurz halten. Weil, ähm... Ich bin nicht mehr, ich bin mir. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich würde sagen, beim nächsten Mal bauen wir die Werkbank auf und dann, ähm, ja, gucken wir mal, wenn wir da im Jasma irgendwas anderes noch finden. Und bin gespannt, was über das sonderes Video nach auf uns hat. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Jetzt muss man da einfach wieder einrufen. Das habe ich dann beim ersten Video gesagt. Ich hoffe, der Soundgast, wie schon eingangs gesagt, ein neues Mikrofon, noch keine Erfahrung damit. Schau mal einfach mal. Ich kann das nicht besonders durch den Eis am Kopfhörer. Ich schau aber mal, wie die Nachaufnahme ist. Mit diesem Morgen beabschiede ich mich auch bis zum nächsten Mal ausgerein.